Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzwerb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Eskalieren. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Eskaliert. Eskalierte. Hat eskaliert. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich eskaliere. Du eskalierst. Er eskaliert. Wir eskalieren. Ihr eskaliert. Sie eskalieren. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich eskalierte. Du eskaliertest. Er eskalierte. Wir eskalierten. Ihr eskaliertet. Sie eskalierten. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe eskaliert. Du hast eskaliert. Er hat eskaliert. Er hat eskaliert. Wir haben eskaliert. Ihr habt eskaliert. Sie haben eskaliert. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich eskaliere. Du eskalierst. Er eskalierst. Wir eskalieren. Ihr eskaliert. Sie eskalieren. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich eskalierte. Du eskaliert. Du eskaliertest. Er eskalierte. Wir eskalierten. Ihr eskaliertet. Sie eskalierten. Den Schluss macht der Imperativ. Eskaliere du. Eskalieren wir. Eskaliert ihr. Eskalieren sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Werk Eskalieren. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Das war unser Kleine. Ich bin ein Daumen nach oben. Ich bin ein Daumen nach oben. Das war unsere Kleine. Ich bin ein Daumen nach oben. Und dann gebt uns ein Daumen nach oben. Dann gebt uns eins davon. Vielen Dank.